Ein Signal zum richtigen Zeitpunkt Mit Erfolg Sportbuskeller ist für uns ein Unterschiedsspieler. Das hat er zuletzt mit seinen ersten Kurzeinsätzen nach langer Leidenszeit wieder unter Beweis gestellt. Dazu prägt unsere Mannschaft mit seiner Persönlichkeit und geht voran. Seine Entscheidung, dem FC unabhängig vom Saisonausgang die Treue zu halten, ist deshalb ein starkes Signal zum richtigen Zeitpunkt. Wir freuen uns alle sehr darüber. Neuer Vertrag Köln-Star bleibt auch bei Abstieg Der FC Köln setzt vor seinem möglicherweise letzten Bundesligaspiel Samstag in Heidenheim ein Zeichen. Topstar Marc Uth, Vertrag bis 2025, bleibt auch bei Abstieg. Damit hatten zuletzt die wenigsten noch gerechnet. Uth hatte bislang nur einen Vertrag für die Bundesliga. Die Gespräche über eine mögliche Zweitliga-Zukunft in Köln waren ins Stocken geraten. Der HSV witterte seine Chance und hinterlegte sein Interesse. Ausgerechnet Ex-Coach Steffen Baumgart, Bild berichtete. Jetzt aber entschied sich Uth, 184 Jägerspiele für den FC, noch vor dem Endspiel in Heidenheim für den FC. Egal, in welcher Liga Köln in Zukunft spielt, Uth ist dabei. Der FC verkündet am Tag vor dem Heidenheim-Spiel. Vor der Abfahrt setzte Marc Uth seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag und damit ein Zeichen. Ja, was auch passiert, der 32-jährige Mittelfeldspieler mit der Nummer 13 läuft in der kommenden Saison für den FC auf. Uth sagt, aktuell habe ich nur Heidenheim vor Augen. Wir werden alles rausholen und müssen da unsere Hausaufgaben erledigen. Wir alle, die ganze Stadt, glauben daran, in der Liga zu bleiben und deshalb bin ich absolut zuversichtlich. Unabhängig davon war es mir wichtig, bei meinem Herzensverein weiterhin Verantwortung zu übernehmen und sportlich voranzugehen, nachdem ich mich in den letzten beiden Jahren nicht so einbringen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Für mich gibt es nichts anderes mehr, ich möchte meine Karriere hier beim FC beenden. Und dann, wenn ich mich in den letzten Jahren nicht so einbringen kann, und dann, wenn ich mich in den letzten Jahren nicht so einbringen kann,